Erfolgreiche Leute sind immer gern bereit, ihr Wissen zu teilen und es ist einfach wichtig, dass wir da in Kontakt kommen. Sie war eine ganz, ganz junge, ich glaube 23 Jahre oder so in etwa, und leider nicht in meiner Downlife. Ihr werdet nicht in ihrer Geschichte glauben. Denn wir haben hier eine Frau, die begann, als sie 23 Jahre alt war. Sie begann alles selbst. Als sie 27 Jahre alt war sie die Press-Team. Und jetzt hat sie bereits einen Diamant in ihrem Pin. Es ist unglaublich, was sie macht. Hier ist sie aus Deutschland. Es war, muss ich sagen, das Beste, was in Deutschland war, ein Fachlich. Die Beiträge waren so genial. Man hat ja auch, wenn man schon lange in der Branche drin ist, wiederholt sich ja sehr vieles. Also es war sehr, sehr viel qualitativ hochwertiger Inhalt für Anfänger sowieso, aber für uns alte Heisen auch. Ich habe sie kennengelernt. Und als ich meine Geschichte erzählt, kam das überlegen. In jungen Jahren. Ohne die Spannung zu können. Ohne nichts. Moderna Vision. In dreieinhalb Jahren habe ich viel gelernt. Man lernt ja im Network Marketing. Machen Menschen erfolgreicher als du, dann musst du erfolgreich. Ich habe heute geschafft. In dreieinhalb Jahren viel zu lernen. Die Zivil. Wahrgestaut. Ehrlichkeit. Vertrauen. Und ich kann sagen, ich habe heute sehr gefühlt. Sie wurden hier gern zu dürfen. Als Gott ist letztendlich. Ehren sie mit ihr. Mit einem mega Anlass. Diese geile Frau. Gott ist letztendlich. Claudia. David. Sass. Also ich kenne ja Daniela jetzt schon seit einigen Jahren. Und ich weiß, jeder Cent der Person, die sie hören werden, wird sich lohnen. Wenn ich mir überlege, was es der Frau heute wurde, ist, dass sie zwei Unternehmen an der Spitze war. Und das aus Umständen, die wirklich einmalig sind, da kann man nur sagen, begrüßt mit mir. Mit einem riesen Applaus, die Daniela Sass. Wir sind trotzdem beide erfolgreich geworden. Aber natürlich hätte ich dich schon gern in meinem Team gehabt damals. Was ich absolut sagen kann, du hast da die größere Konsequenz. Wenn ich eine Frau vor mir habe, die mit 37 zweimal in unterschiedlichen Unternehmen an die Spitze gekommen ist, dann hat die etwas, was ich noch nicht habe. Wir werden in ein paar Monaten, in ein paar Jahren, werdet ihr sagen, wir waren damals am 11. Januar dabei. Wo dieser historische Moment passiert ist, wo das gestartet hat. Da waren wir dabei. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Daniela für den Tag. War einfach fantastisch. Wir haben viel Input mitgenommen. Und es ist einfach der Prophet im eigenen Land. Es ist einfach nicht so. Aber ich kann nur alles bestätigen. Es ist einfach genial und ich freue mich auf ihn. Wobei ich mich Santa kann. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Untertitelung des ZDF, 2020 Es gibt viele Trainer. Du bist für mich herausragend, weil du erzählst nicht irgendwas. Du bist für mich herausragend. Du bist für mich herausragend. Du bist für mich herausragend. Du bist für mich herausragend.